Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Album Ich und meine Maske von Sido in der Deluxe Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Inhalt, sogar natürlich auch die Links zum Album und zu der Deluxe Edition, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ich und meine Maske von Sido aus dem Jahr 2008. Es gab ja dazu mehrere Editionen, Standardedition, Premiumedition und unter anderem eben auch diese hier. Die Deluxe Edition. Wir haben hier so einen Pappschuber mit großem Sido Totenkopf, mit Sido Maske hier vorne drauf in Silber. Und dann haben wir hier auch noch eine originale Unterschrift von Sido, hier mit silbernem Marker. Auf der Seite zieht sich dieses Muster, diese Kratzer, dieser verbrauchte Look durch. Und auf der Rückseite haben wir dann die Informationen zum Inhalt. Sido, ich und meine Maske, lesen wir hier. Premium Edition Limited. Und dann haben wir hier CD1 und CD2. 20 Tracks plus nochmal 10 Tracks, kommen wir insgesamt auf 30 Tracks. Jede Menge Features. Wir haben Features von Kitty Cat, Flair, Shizo, Doreen, Tony D, Alpagan, Greco, B-Tide, Flair, Kitty Cat. Und auf CD2 auch jede Menge Features. Basultan Hengst, Harris, Pilat, Scooter, Kitty Cat, Tony D, B-Tide, nochmals Kitty Cat. Joe Rilla, Sekte, Kitty Cat, Willi Mörder, Automatik. Also jede, jede Menge Features. Dann haben wir noch die Credits zum Album, Verbraucherhinweis und einen Barcode. Gut, das Ganze ein Pappschuber, bedeutet, der lässt sich einfach abziehen. Und dann kommt hier das eigentliche Album dann, so ein Buch zum Vorschein. Hier Sido mit dem bekannten Cover von Ich und meine Maske, Halbmaske, Halbgesicht. Hier lesen wir Sido, Ich und meine Maske. Auf der Rückseite ganz schlicht Agro Berlin, Ich und meine Maske. Schwarzes Hardcover Buch. Geht dann hier auf. Und hier auf der linken Seite haben wir dann jede Menge Fotoaufnahmen und Texte. Bedeutet wirklich, ich habe eine Seite übersprungen. Wirklich jeder, ja genau, das Intro ist ja ein Text-Intro, deswegen. Dass wirklich jeder Text, jeder Track hier einzeln abgetippt wurde. Und das Ganze dann hier noch mit diversen Grafiken, mit Fotos hier unterlegt ist. So sieht das dann aus. Also jede Menge Fotos und jede Menge Texte von Sido. Und dann haben wir hier die zwei CDs. Einmal diese hier mit der Maske auf weißen Rosen. So sieht das aus. Und dann natürlich noch die zweite CD. In diesem Fall die Sido-Maske hier in so einer Darth Vader Optik. Das hier dahinter. Hier geht es dann nicht mehr weiter. Also wirklich das Booklet hier vorn an. Mit den ganzen Texten und den ganzen Fotos. Machen die CDs mal wieder rein. So, und das war's soweit auch schon mit dem Album. Also wir fassen nochmal kurz zusammen, was wir hier bekommen. Einmal diese beiden CDs. CD1 und CD2 mit insgesamt 30 Tracks. Dann dieses vielseitige Booklet hier mit den einzelnen Track-Texten und den einzelnen Fotografien von Sido. Und das Ganze kommt in so einem Hardcover-Buch in schwarz. Und wird noch geschützt von diesem Pappschuber. Und speziell hier in Kombination mit dem Pappschuber eignet sich das gut. Fürs Regal, für die Vitrine kann man so gut aufbewahren. Ja, mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album, beziehungsweise dieser Edition. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Sido unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.